Ich sorge mich um die Kleine. Ach Mist, die gab's ja nix. Mann, ich hasse diese Midwives. Die sind furchtbar. Alter, nein. 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 Ja, ich töte dich. Ich töte dich doch, kein Problem. Ist alles nicht so prall. Ach genau, hier waren wir ja auch schon. Genau. So. Ach so, und hier ist das Chemikalienlager. Stimmt. Sag mal. Was ist denn das? Überwert Nullschwein. Ach so, das war das. Ach, das hat mir ja weggenommen. Wenn wir das nicht mehr gebraucht haben. Ups, jetzt habe ich wieder aufgesammelt. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Ist aber die sehr wichtigere Frage. Kommen wir jetzt irgendwie zu Sektor A? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe keine Lust, diesen... ...mega langen Weg zu gehen. Ach man, wieso ist der nicht vollständig? Ich, ich brauche eine chirurgische Einheit. Mann, das ist doch doof. Sektor B ist mit Wels. Ich muss gerade überlegen. Ist das sinnvoll, da lang zu laufen? Da müsste man, glaube ich, wohl... ...was anderes bleibt uns da, glaube ich, nicht übrig. Obwohl... Oh nein. Oh, ja. Wir sind gleich tot. Und wir sind tot. Autsch. Autschibambautschi. Aber... Ähm... Ähm... Wir haben ja schon den Zugangscode, oder? Haben wir doch jetzt... Haben wir doch jetzt, oder? Haben wir doch jetzt. Doch, müssen wir jetzt haben. Das heißt, deswegen ist es nicht so schlimm, dass wir gerade draufgegangen sind. Ja klar, wir haben jetzt auch den Schwein und sowas noch drin. Ähm... Warte... Denken. Oh, meine Güte, ey. Ich und meine Orientierung, das ist katastrophal. Oh, Mann. So. Moment mal, ich kann doch auch... Äh... A... Wo ist A? Da ist A. A ist ja ganz am anderen Ende der Welt. Hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Hier ist B. Zu B fehlt uns auch die Karte. Und hier ist A. Sehr schön. Pff. Oh, nein. Da war ja eine Kamera. Ich tue mich mal hier hin. Bevor es richtig... Mega. Musikalisch. Weiter geht. So. Kamera ist zerstört. Das haben wir sogar ziemlich geschickt hingekriegt. Ich bin begeistert von uns. Ach, verdammt. Warum muss das auch kaputt sein? Oh, ich erreiche mir sogar einen ganz neuen Abschnitt. Shot 31. Was sind wir denn hier? What the fuck? Was sind wir denn hier? Oh. Oh. Das brauche ich. Äh, ups. Und. Nein, 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 nein. Ach so, Moment. Ich muss das auch fallen lassen. So. Warten. Ich glaube, das klingt nach den Würmern. Und jetzt nochmal. Shit, wo war das jetzt? Ach nein. Was? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Äh, darf ich mal bitte die Frau da? Untouchen. Ein Glas mit Toxin A. Das ist doch mal was Nettes. Ach, und hier gibt es sogar Upgrades. Yay. So. Ähm, aber hier war doch noch irgendwo, hier war noch so ein hundertfaches. Ach nein, Leute, kommt schon. Oder habe ich es schon aufgesammelt? Ach nein, wo ist es denn jetzt gelandet? Das gibt es doch nicht. Ach nein, wie doof. Ach, wie ärgerlich. Hallöchen. Hacken, ja. Dafür brauche ich, äh, Hacken 3. Deswegen. Wow, wie viele Module habe ich denn? Krass. Standard. Strahlwaffen. Warte, ich habe doch sogar eine, genau. Energie von 1. Haha. So. Das heißt, jetzt können wir sogar unsere Lader... Jawoll. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice. So. Dann will ich mal ganz kurz gucken. Wie schaut es denn damit aus? Standard von 3 brauche ich da. So. Sehr schön. Das heißt, jetzt können wir unsere... Also alle Waffen, die wir haben, können wir jetzt auf jeden Fall nutzen. Ähm. Genau, wie sieht denn das jetzt aus mit Stärke? Schon die Renovatarkapazität. Und dem Schaden, den sie gehen, dann zufügen können. Ausdauer. Maximal Treffer, maximal Trefferpunkt, ihr will schon seine Strahlung und Gifte. Das ist wichtig. Das nehme ich auf jeden Fall. Ähm. Ja, wir brauchen halt noch... Ich weiß gar nicht, wo es denn... Steigt ihre Chancen beim Hacken. Aber wir brauchen ja das richtige Hack-Werkzeug. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Ja, hallo. Äh, Antistrahlung-Zirne. Wir brauchen... Warum müssen die PSI-Spritzen nicht mehr so teuer sein? Das kann sich doch kein Mensch leisten. Ach man, mich ärgert es jetzt, dass ich das... ...dingens hier nicht finde. Ach, das ist echt ärgerlich. Das ist wirklich mega ärgerlich. Au. So. So. Dann gehen wir einfach hier lang. Oh, hier ist es ganz still. Und hier gibt es Zaniten. Aber ich mag die Stille nicht. Die Stille könnte auch, äh... Was war da gerade? Ich habe es doch genau gehört. Da. What? Der hat noch nicht mal einen Rucks von sich gegeben. Wir konnten ihn schon kennen. Mensch, wir werden hier richtig... Oh, wow. Das Fisch ist geflogen. WTF. Seit wann können Würmer fliegen? Antitoxin. Gott sei Dank. Ich habe nämlich keinen Lust. Moment. Ich muss mal ganz kurz... ...anders hinsetzen. So. Puh. Äh, ja. Ja, ich hätte keinen Lust gehabt, äh, jetzt, äh... ...so viel Geld für das Toxin auszugeben. So. Dann versuchen wir das doch mal zu hacken. Na, toll. Reset. Wow. Reset. 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 Wow. Oh, wieso gibt es denn hier nichts? Reset. Ach, Mann. Na, toll. Hier dann auch nicht. Na, gut, dass wir genug Naniten haben. So, äh... Ja, wow. Äh, versuchen wir es mal da oben. Wirklich? Ach, kommt schon. Das war doch fast. Ah, Mann. Ach, Gott, ey. Ich bin hier genauso schlechte Mac wie in Fallout 4. Meine Güte. Ich kann das einfach nicht. Aber ich check da auch diese... Ich check da auch kein System dahinter. Ich dachte erst ein bisschen, dass das wie mein Zyper wäre. Aber das würde mehr Sinn ergeben, wenn es hier alle Kästen... Also wenn man hier mehrere... Ihr wisst schon. Wenn hier alles voller Kisten wäre. Aber das ist ja nicht so. Ach, kommt schon, Leute. Jetzt stellt euch mal nicht so an hier. Okay, einen Versuch mache ich noch. Wow. Wow. Ja, danke schön. Und was ist das? Splitter-Munition. Wow. Und dafür sind wir jetzt so viele Naniten losgeworden. Na, ich weiß nicht, ob sich das gerade gelohnt hat. Nein. Nö, bitte nicht. Bei allen. Oh Gott. Konzentration. Aua. Los, geh drauf, du Fisch. Na toll. Okay. Escape. Speichern. So. Puh. Okay. Und, äh, schnell ein Dings nehmen. So, hat er hier was? Nein, hat er nicht. Ei, 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 ei. Meine Güte war doch so gut. Dann hoffe ich mal, ich bete, dass wir gleich irgendwo so eine Vita-Chamber finden. Damit wir uns dann zunächst einmal für dieses Gebiet hier absichern können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte. Puh. Jawohl. Eine Serumspritze. Äh, gleich nutzen. Und, unser Eisen rausholen. Puh. Oh Mann, die sind immer die sicher. Die gehen mir so auf den Geist. Nicht, wenn ich mittlerweile schon diese ganzen 20 Viecher da beseitigt habe. Rein theoretisch. Da gab es doch gar nicht mal so viele. Ich meine, wir haben allein, ich glaube, schon allein schon in dieser Aufnahme bestimmt schon fünf, sechs Stück oder so getötet. Wenn man noch die ganzen Milfs von den letzten Folgen beachtet, dann kommt da schon ein bisschen was zusammen. Ich hoffe, im Übrigen, damit ist mir nicht übel, dass ich sie Milf nenne, weil, äh, muss halt einfach so. Alter, ihr habt doch ein... Puh. Und sie hat da nicht mal was. Na toll. Ja. Ich würde mal sagen, die Bilanz ist, äh, positiv zu bewerten. So, wo ist jetzt diese... Kamera. Da ist sie gewesen. So. Uh. Uh. Ach, kommt schon. Kommt er her? Ja, kommt er. Oder? Ja. Diesmal machen wir das aber genauso gut. Hallo. Alter. Ja, es klappt richtig gut. Alter, das gibt's doch nicht. Schnell, 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 schnell. Nicht hängenbleiben, nicht hängenbleiben, nicht hängenbleiben. Ich wollte die ganze Zeit hängen. Ach, komm schon, das gibt's doch nicht. Verrreck endlich. Oh, das gibt's doch nicht. Oh Mann, ich hasse diese Wartungs-Wartungs-Androiden. Oh Mann, ich hasse diese Wartungs-Androiden. Äh, Spielladen. Äh, Quicksale. Quicksale. Oder hier. Quicksale. Quicksale. Ja, Quicksale. Quicksale. Da frage ich mich ja, als ob da jetzt auch genau die gleichen Spawns kommen, als jetzt auch die ganze Zeit diese mit. Ja, ich höre schon eine. Ja, das gibt's nicht. Ja, ich höre schon.